Moin! Ich möchte euch heute meine Top 10 meiner Lieblings-Deckbauspiele vorstellen. Wie gesagt, eigentlich wären es immer nur meine 5 Top-Spiele, allerdings Deckbau ist einfach mein Lieblingsmechanismus und was soll ich sagen, es ist leider nicht bei 5 geblieben. Und das sogar ohne meine Honorable Mentions, die ich direkt an dieser Stelle einmal loswerden möchte. Gleich zwei kooperative Spiele und zwei Spiele, die ich sehr, sehr, sehr viel gespielt habe früher, die ich aber tatsächlich inzwischen einfach nicht mehr besitze, weil ich das Gefühl habe, ich bin einfach durch mit den Serien. Das ist zum einen Spirit Island und das ist zum anderen Aeons End. Zwei wirklich richtig gute Deckbau-Spiele, aber einfach nicht mehr meins. Ich muss es leider einfach sagen, ich bin fertig. Ich habe so viele Stunden mit meiner Frau zusammen, auch wir haben alle Aeons Ends, also die beiden, die es gab mit beiden Spielen, alles auf schwer, irgendwann geschafft. Also wir hatten einfach keine Lust mehr. Wir haben es dann irgendwann verkauft, weg. Ja, Spirit Island habe ich auch sowas von dermaßen viel gespielt. Es ist wirklich ein ganz tolles Spiel, aber wird in dieser Liste nicht vorkommen, weil ich habe sie nicht mehr. Und ich nehme immer nur noch Listen oder Spiele in diese Listen, die ich auch tatsächlich noch besitze. Und ich verkaufe ja ziemlich viele Spiele. Von daher, das schon mal vorab, die sind nicht dabei. Von daher lasst uns aber direkt loslegen mit Platz Nummer 10. Das ist hier Freitag. Was soll ich machen? Ich kann es einfach nicht. Ich muss es einfach dabei haben. Freitag ist ja auch ein kleines Deckbau-Spiel. War auch schon mal ein Top-Solo-Spiel mit dabei. Von daher, wenn ihr die Liste gesehen habt, habe ich darüber schon berichtet. Wenn nicht, schaut da gerne rüber. Oder alternativ, ja, hier ist es ein kleines Solospiel tatsächlich, wo wir mit einem sehr, sehr schwachen Deck starten und dann dem armen Robinson helfen, auf der Insel zu überleben. und wir diese ganzen schwachen Karten aus unserem Deck loswerden wollen. Und das machen wir, indem wir generell die Herausforderung verlieren. Das heißt, wir verlieren meinetwegen, also du brauchst einen Wert von 2, um die Herausforderung zu schaffen. Du darfst vielleicht zwei Karten ziehen und ziehst eine Minus 1 und eine 0. Du hast eine Minus 1, hast eine 3-Differenz, verlierst du drei Lebenspunkte, aber du darfst auch Karten im Wert von 3 aus deinem Deck entfernen. Das ist mega cool. Du musst halt immer abwägen, wie viele Karten kann ich loswerden. Und wenn ich die Herausforderung tatsächlich schaffe, dann bekomme ich halt die bessere Karte in meinem Deck. Die hat dann natürlich angestellt schon 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder sowas. Und so muss ich immer abwägen, welche Herausforderung will ich schaffen oder will ich unbedingt schaffen, welche schaffe ich nicht, um meine Karten halt loszuwerden. Da muss man tatsächlich super abwägen. Das finde ich an diesem Spiel so wirklich, wirklich, wirklich gut. Von daher, Freitag startet die Liste, auch wenn es nur ein Solospiel ist. Ich finde es einfach großartig. So, auf Platz 9 habe ich hier Sky Mines dabei. Sky Mines ist ja ein Remake oder Remaster, wie nennt man sowas bei Brettspielen, eine Neuauflage von Mombasa, obwohl ich Mombasa tatsächlich selber nie gespielt habe. Und ich sagen muss, wahrscheinlich würde mir persönlich vom Setting Mombasa besser gefallen, zumindest von dem, was ich auf Bildern gesehen habe. Also, weil ich bin jetzt nicht so der riesengroße Weltraum-Spy-Typ und daher weiß man nicht. Nichtsdestotrotz ist Sky Mines oder halt wahrscheinlich auch Mombasa ein sehr, sehr gutes Deckbauspiel. Hier ist es nämlich so, haben wir das auch vor Gottseite, vielleicht kann man das sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal Bilder machen, dass wir, man sieht es hier, relativ klein. Das wird man nicht erkennen können, ne? Jeder von uns hat ein Spielertableau und wir haben drei Karten, die wir dann immer auslegen. Nachher sogar vier oder fünf Karten, die wir dann auf unser Tableau legen und die sind für diese Runde aktiv. Mit diesen Karten können wir dann den Planeten, hier den Mond quasi, erobern, belagern, wie auch immer. Wir können die Ressourcen nutzen, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Titan, wie gesagt, Sci-Fi, ich bin da immer raus, was die richtigen Begriffe da sind, wie die Ressourcen da heißen, um uns mit denen allerdings entweder Aktionen zu machen tatsächlich oder, wenn es überbleibt, eine Karte jeder Runde ins Deck zu kaufen. Und da ist so ein Markt, der wird auch tatsächlich immer günstiger und teurer, das heißt, wir sehen auch im Laufe der Zeit, was nachher dann noch reinkommt, was dann günstiger wird. Und dann müssen wir halt gucken, spielen wir viel auf eine Ressource, spielen wir mehrere Ressourcen, dass wir schön viele Karten ins Deck bekommen oder versuchen wir irgendwie mit der Forschungsleiste voranzukommen und darüber unsere Punkte zu machen oder über Seiten gibt es so eine Heliumleiste, das sind so eine Bubbles irgendwie und gehen wir auf diese Richtung, machen wir alles so ein bisschen und ich habe das Spiel auf jeden Fall noch nicht geknackt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich bin da so mittelmäßig gut drin, aber das ist halt mega cool, weil du hast diese drei, vier oder fünf Aktionen-Dinger und dann gehen die nach oben über dein Tableau, dann sind die erstmal quasi aus deinem Spiel raus, aus deiner Hand, da ist quasi deine Ablage. Am Ende der Runde darfst du einen von diesen drei Stapeln oder halt vier oder whatever zurücknehmen. Und der Rest bleibt dann quasi in der Ablage liegen und dann kannst du jede Runde quasi entscheiden, welchen Stapel du dir zurück in deine Hand nimmst. Dann musst du halt immer planen, was spiele ich jetzt aus, was machen meine Mitspielenden, weil man will auch gleichzeitig hier immer relativ häufig Mehrheiten von irgendwas haben, um seine Bonusmarker vernünftig einsetzen zu können. Es gibt dann immer zwei oder drei Bonusmarker je nach Spieleranzahl und da muss man schon einiges taktieren. Und ja, das Thema, aber wer Mond und Sci-Fi mag, der macht hier auf jeden Fall nichts falsch. Obwohl es tatsächlich ein ganz schöner Denkklopper ist, also das Spiel dauert eine Weile. Ich weiß gar nicht, was hier draus steht. Bis 150 Minuten. Ja, bei uns fängt es eher so bei 120 an, also in 75. Vielleicht haben wir es da immer noch nicht oft genug gespielt, wenn wir es vielleicht zu zweit in 75. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir das jemals schaffen. Also eher 90 bis 120, würde ich sagen, wenn wir es zu zweit spielen, zu dritt, zu viert, entsprechend mehr. Also wir waren letztes Mal nach vier Stunden oder so fertig. Das hat schon eine Weile gedauert. Aber, hm, ist ja keine Seltenheit bei den Spielen. So, wir machen mal weiter. Platz 8 habe ich The Loop dabei. Das ist auch, wenn ich mal kurz so durchgucke, das einzige kooperative Spiel hier in der Liste. Ja, das ist einzig kooperative. Beziehungsweise, naja, zwei Spiele haben kooperative Varianten, aber das ist tatsächlich voll kooperativ. The Loop mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Bei The Loop ist es so, dass wir Zeitreiseagenten sind, um hier diesen bösen Dr. Fu aufzuhalten. Der will einfach die Zeit zerstören. Er möchte quasi, hat so ein rundes Tableau mit so einer Zeitmaschine. Das ist so ein kleines Dings mit drei Ausgängen. Und er dreht sich quasi von Zeit zu Zeit, je nachdem, was für eine Karte er zieht, in eine andere Zeit. Das ist dann vielleicht die Renaissance, das Mittelalter, die Neuzeit und dann hier in der Zukunft die Roboterzeit oder sowas. Und platziert da Duplikate von sich selbst und platziert dort Schaden rein. Man wirft dann quasi so drei oder mehr tatsächlich. Also es können auch fünf, sechs, sieben, so eine Würfel rein. Also Cubes, so nicht Würfel, Würfel, nicht Würfel, die man würfelt, sondern so Marker. Und die fliegen halt durch einen dieser drei Ausgänge. Und sobald vier, das ist Schaden, und sobald dann vier Schaden in einer Zeit sind, ist diese Zeit zerstört von ihm worden. Und wir wollen das halt aufhalten, wir wollen das verhindern. Umso mehr Duplikate da sind, umso mehr von diesen Steinen darf er halt reinlegen. Aber wir haben halt auch Fähigkeiten, das dann irgendwie zu verhindern oder die wieder rauszunehmen und sowas. Gleichzeitig wollen wir es schaffen, Aufgaben zu erfüllen, die auch quasi an diesem runden Spielplan sind. Und die sind immer außen. Und jeweils in dieser Zeitzone müssen wir diese Aufgabe erfüllen, die da steht. Das ist dann beispielsweise, wie vernichte hier ein Duplikat oder Entferne von hier Schaden oder, keine Ahnung. Da gibt es verschiedenste Aufgaben, die man da erfüllen kann. Und erfüllen muss, sagen wir es mal besser so. Die Besonderheit, was den Deckbau hier angeht bei dem Spiel, ist, dass jede Runde eine Karte überhaupt erst kaufbar wird. Und diese Karte in eine zufällige Zeit angelegt wird. Man deckt quasi die Karte vom Stapel auf. Und die hat dann eine bestimmte Farbe. Und die wird dann einer Zeit zugeordnet. Und um diese Karte ins Deck zu bekommen, musst du am Ende deines Zuges in dieser Zeit deinen Zug beenden. Und dann hast du die Möglichkeit, die Karte in dein Deck zu bekommen. Da musst du immer abwägen, brauche ich jetzt diese Karte? Vielleicht, keine Ahnung, Excaliburs Schwert oder so. Da musst du, Mittelalter würde ich jetzt mal schätzen, so aus dem Gedächtnis, dass du da ins Mittelalter musst. Aber vielleicht ist da Dr. Fu halt gar nicht. Der ist vielleicht ganz woanders und macht gerade irgendwo anders sein Quatsch. Und dann musst du gucken, aber vielleicht brauchst du unbedingt diese Karte. Und dann musst du gucken, ja, komme ich da hin, wie mache ich es? Dann muss man immer ganz gut abwägen, weil das Spiel ist tatsächlich gar nicht so leicht. Das ist quietschebunt. Da darf man sich nicht von abstecken lassen. Das ist wirklich hier rosa, grün, quietschgelb, quietschgrün und was weiß ich nicht alles. Hier sieht man es mal leicht angedeutet. Ich werde auch noch wieder Bilder reinbringen, dass ihr das mal ein bisschen mehr nutzen oder sehen könnt. Und ja, da muss man immer gucken, wie man das macht. The Loop heißt das Spiel deswegen. Auch Karten-Mechanismus. Ich halte mal ganz kurz ran hier. Wir haben auf diesen Karten verschiedene Symbole. Entweder so eine Kreise oder so eine Sterne oder so eine... Keine Ahnung, Striche. Und wir dürfen drei Karten dann auch wieder ausspielen jede Runde. Die geht in unseren aktiven Bereich. So ähnlich wie bei SkyMinds, nur ohne ein Tableau. Und diese... Wenn wir es schaffen, mehrere... Oder ist eigentlich egal. Ist egal, ob wir es schaffen oder nicht. Aber umso mehr Karten wir von derselben Sorte haben. Meinetwegen, wenn wir jetzt drei Sternkarten ausspielen, dann dürfen wir diese drei Karten natürlich nutzen. Meinetwegen vernichte ein Duplikat, entferne einen Schaden. Und du darfst dich drei Zonen bewegen oder sowas. Und dann kannst du ein Loop ausführen, wenn Energie vorhanden ist. Das ist eine andere Form von Ressourcen, sag ich mal. Die liegen da auch auf dem Spielplan. Kannst du ein Symbol loopen. Und wenn du dann natürlich drei Karten des selben Symbols ausliegen hast, darfst du alle drei Karten nochmal benutzen. Das ist mega geil. Es gibt spezielle Karten, die haben gar kein Symbol. Die dürfen das nicht. Und wenn du natürlich irgendwie einen Stern, einmal Striche und einmal so das andere da halt hast, dann kannst du auch nur eine Karte loopen. Also wirklich immer nur je Form, sag ich mal. Oder je Symbol darf man die Karten dann loopen. Das darf man sogar öfter machen. Wenn da genug Energie vorliegt, kann ich die Karten sogar ein drittes Mal nutzen, ein viertes Mal nutzen. Das wird aber eher unwahrscheinlich, weil das wird schon ziemlich teuer von Energie hier. Aber würde in der Theorie gehen, wenn man das so weit genug vorbereitet. Und so wird man mega stark. Man hat dann mega, mega befriedigende Züge, wenn du einfach so zack, 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 zack. Und dann musst du halt tatsächlich gucken, was holst du dir denn dein Deck? Das ist ja wirklich sehr entscheidend. Du willst nicht unbedingt jede Karte in dein Deck holen. Dann musst du wirklich planen, dass du genau diese geilen Loops halt ausführen kannst. Und daher, wer das noch nicht gespielt hat, eine unbedingte Kaufempfehlung von mir. Guckt euch das mal an. Das macht wirklich mega Bock, gerade wenn ihr kooperatives Spiele mögt. Lasst euch von diesem Quietsche gegen nicht abschrecken. Das hat das Spiel nicht so gut getan, glaube ich. Aber naja. Mancher, der eine oder andere wird es vielleicht gut. Wer weiß. Weiter drauf ist es vielleicht gar nicht so das Cleverste. So, mein nächstes Spiel auf der Liste ist die Imperium-Reihe. Ich habe hier die Imperium-Klassik-Box. Da ist aber auch das andere Spiel mit drin. Also da die Imperium-Legendengeschichte. Das passt aber locker alles in eine Box rein. Ich habe da so ein Insert mir mal gemacht. So ganz einfach. Und hier diese Kartentrenner. Habe ich selber gedruckt. Das ist ein bisschen deckeren Papier. Und jetzt sehen wir gerade, der hier gehört nach hier vorne. So, könnte man natürlich auch eliminieren oder so. Aber ja, so what. Wir sehen, hier ist ein reines Kartenspiel. Und wir haben eine Menge Fraktionen hier drin. Also in der Classic-Box sind eher die einfacheren Fraktionen. Da hast du sowas wie Römer, die Griechen, die Wikinger, die... Keine Ahnung. Normale Völker, in Anführungszeichen. In der Legenden-Box, wie der Name schon sagt, sind vielleicht eher Legendenvölker. Also Atlanta, dann hier die... So ein Quinn. Das ist so ein friedliegendes Volk. Keine Ahnung. Utopisten. Und ganz witzig sind die... Ach Gott, wie heißen die denn nochmal? Das sind so die Ritter von Arthur. Mit Merlin und so. Dieser ganze Geschichte. Ich habe gerade den Volknamen vergessen. Und alle diese Fraktionen machen halt was anderes. Die punkten unterschiedlich Siegpunkte. Oder die haben zumindest andere Stärken, sage ich mal, diese Siegpunkte zu bekommen. Du hast Siegpunkte immer auf den Karten drauf. Und du hast auch komplett unterschiedlich, wie zivilisiert die, sage ich mal, sind. Ich sage mal, zum Beispiel die Wikinger. Das sind so eine Hautraufs. Und das merkt man denen auch an. Die sind dann halt eher so... Die wollen so ein bisschen entdecken. Und die wollen so ein bisschen kämpfen. Und hier und da und da. Und hingegen die Griechen beispielsweise, die sind ganz fortschrittlich. Die haben nur ein ganz Paar von diesen, ich sage mal, von seinem eigenen Entwicklungsstapel. Und haben dann nachher die Möglichkeit, diese einfacheren Karten gar nicht mehr zu holen. Das heißt, die spielen dann eher auf diese durchaus höheren Technologien. Das Ganze ist ein bisschen teurer. Aber man hat da so ein bisschen bessere Wahlmöglichkeiten. Die Wikinger beispielsweise haben gar keine Chance, da hinzukommen. Also theoretisch haben sie eine Chance. Aber in der Praxis haben wir es in diversen Partien noch nie erlebt, dass die irgendwann mal zivilisiert wurden. Das geht, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht. Die haben diese Seite gar nicht. Nee, aber zum Beispiel... Irgendein anderes Volk war das. Wie gesagt, es gibt so viele Völker. Denen fällt das dann auch nicht so leicht. Dieses andere Kriegervolk ist gerade noch eins. Ich bin echt schlecht mit Namen, wie ihr seht. Verzeiht mir das. Aber wir haben hier halt verschiedene Kartentypen, sage ich mal. Wir haben hier irgendwie Völker, die wir unterjochen können. Wir haben einfach Gebiete, die wir erobern wollen. Wir haben dann diese zivilisierten und unzivilisierten Karten. Wir haben Aufstände. Das sind so ein bisschen die... Ich sage mal, der Fluch von Dominion, der die Decks dann hier wieder so ein bisschen schwächer macht. Und so bauen wir quasi... Und wir haben natürlich jeder unseren eigenen Volksstapel, ganz wichtig. Und wir bauen quasi dann anhand vom Markt und unserem eigenen Volksstapel unser Deck. Und gucken dann, welche Karten nehmen wir und welche nicht. Und bekommen Siegpunkte wenig. Das Spiel ist relativ solitär, muss ich tatsächlich sagen. Im Vergleich zu so einem Skymines, was super interaktiv ist, weil du irgendwie zu mal auf dem Planeten rumpusselst und den anderen Gegner wieder wegkickst und so. Spielst du das Spiel tatsächlich primär vor dich selber hin. Du hast so mal Karten, wo du dem Gegner irgendwie eine Ressource wegnimmst. Oder wo du ihn mal angreifst oder so. Aber das ist wirklich eher selten. Oder was heißt selten? Aber es macht halt einfach nicht so... Es ist nicht so schlimm. Es ist tatsächlich dann eher so ein solitäres Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Multiplayer-Solitär oder wie wir es dann auch mal nennen wollen. Angeblich sei es auch ein ganz gutes Solospiel. Das wird ja immer wieder ernannt, weil halt alle Fraktionen hier auch nochmal eine eigene KI geschrieben bekommen haben anhand des Buches. Ich habe da auch mal ein Solo-Video dazu gemacht, aber mir war das tatsächlich einfach ein bisschen zu Overkill, was den Bot angeht. Du musst dann über ein Heft gucken, wie du... Was die KI jetzt macht anhand eines Würfels, wählt die dann eine Karte aus und dann musst du über ein Tableau gucken. Je nachdem, was dann für ein Symbol auf der Karte ist, macht der jetzt was anderes. Die andere Fraktion würde dann wieder was anderes machen. Und ab der Hälfte des Spiels, wenn das Volk nämlich zivilisiert ist, macht der dann auf einmal wieder was komplett anderes. Das ist mir zu viel. Für ein Solo-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will mich auf mein Spiel fokussieren und nicht mit einem halben Bot hier studieren. Von daher finde ich das persönlich Solo nicht so gut. Aber als Deckbauchspiel gerade zu zweit, mega gut. Man kann richtig coole Duelle da machen, wie viel ich das mit meiner Frau gespielt habe. Ich habe leider sehr häufig verloren, weil meine Frau da irgendwie so ein bisschen besser ist als ich. Aber das macht ja nichts. Ich hatte trotzdem oftmals Spaß und einfach ein richtig, richtig gutes Spiel. So, jetzt geht es einmal weiter mit, wir schieben es hier einmal rüber, Arnak. Hatte ich schon in meiner Worker-Placement-Liste. Einer der Gründe, warum es jetzt hier eine Top-Ten wird. Ich finde, Arnak gehört auch in die Deckbau-Kategorie. Allerdings, ja, wollte ich es jetzt hier quasi mit drin haben. Ich wollte es jetzt aber nicht, dass irgendwie Dune und Arnak meinetwegen jetzt 2 von 5 Plätzen in beiden Videos belegen. Das fand ich dann irgendwie doch so ein bisschen doof. Von daher habe ich Arnak nochmal mit. Gerade mit der ersten Erweiterung, mit der Leaders-Erweiterung. Der Professor, was der alles mit seinen Deckbau-Karten nachher macht. Oder auch hier die Baronin. Wo die, nicht ganz so, finde ich persönlich, aber gerade der Professor, das macht mega Laune. Ich glaube, zu Arnak muss ich tatsächlich nicht so viel sagen. Arnak wird eigentlich so gut, wie jeder kennt. Wir haben halt Arbeiter, die setzen wir ein. Wir wollen Ressourcen managen. Und wir wollen uns halt diverse Karten in unser Deck holen. Und müssen dann halt gucken, wie wir die letztendlich ausgeben wieder. Die Karten haben dann einfach Effekte drauf. Wir können dann wieder weitere Karten ziehen. Wir können einfach die Ressourcen bekommen. Wir können unsere Arbeiter-Funkensicht einsetzen. Und alle möglichen Sachen, die da auf diesen Karten drauf sind. Und daher, Arnak möchte ich relativ kurz halten. Weil das, ich gehe einfach davon aus, dass ihr das alle kennt. Darf aber natürlich in so einer Liste für mich auch nicht fehlen. So, das war die erste Hälfte, ne? Denn, weiter geht's. Wir haben einmal das neue Great Western Trail. Ich habe ja mal gesagt, dass ich mir immer noch nie sicher bin, welches Great Western Trail ich besser finde. Das ursprüngliche oder das hier. Argentinien habe ich ja selber nie gespielt, von daher fällt das bei mir eh immer raus. Ich mag ja das ursprüngliche Great Western Trail super gerne mit der Erweiterung. Also mit der Raids to the North Erweiterung. Und das hier ist auf jeden Fall in der Deckbauliste besser platziert als das normale Great Western Trail. Da wäre ich mir nicht mehr sicher gewesen, ob ich mir das ursprüngliche Great Western Trail in diese Liste genommen hätte. Klar, es hat einen Deckbaumechanismus im Sinne von, du kaufst dir schon weitere Kühe oder in diesem Fall Schafe. Aber ich finde, das ist nicht so der tragende Mechanismus des Spiels. Klar, du holst dir irgendwie ein paar, aber so viele, es gibt keine Strategie, da holst du dir vielleicht zwei Kühe. Und dann, finde ich, ist es kein Deckbauding. Klar, es ist irgendwie mit dabei, aber es ist dann keine Hauptmechanik, finde ich. Es gibt natürlich die Strategie, dass du voll auf Deckbau gehst. Dann zählt es natürlich dazu. Aber hier bei der Version hast du noch so viele Bonuskarten mit dabei, die auch in dein Deck kommen, dass du hier automatisch mehr Deckbau betreibst. Und das ist wirklich cool gemacht. Du krasst dir die Bonuskarte, hast den Effekt, du spielst dir auch saft dafür, ob eine neue Karte ziehen. Generell ist es bei Great Western Trail so, wenn ihr Great Western Trail gar nicht kennt, dass wir so ein Parcours ablaufen. Und am Ende des Parcours, also zwischendurch, haben wir immer Stationen, wo wir wieder unsere Kühe oder in diesem Fall Schafe verkaufen können. Dafür kriegen wir einfach ein paar Münzen und dürfen in der Regel einen weiteren Effekt machen. Beispielsweise irgendwie ein Gebäude bauen oder einen Mitarbeiter einstellen oder hier ein Gefahrenplättchen an uns holen oder hier Punkte machen oder da oder einen Auftrag bekommen, was auch immer. Gibt ziemlich viele Optionen. Und am Ende, wenn wir quasi angekommen sind, in dem Fall hier in Wellington, möchten wir auf der Hand unsere Karten natürlich haben, aber die müssen alle eine unterschiedliche Farbe haben. Wir starten hier mit drei Farben je drei Karten. Also grün, weiß und schwarz hast du jeweils dreimal im Deck. Die, 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 die Farbe hat die denn? Grau, glaube ich. Diese Einser, also das sind alles Zweierkarten. Und die Einserkarte hast du, glaube ich, fünfmal drin oder sowas. Und du möchtest allerdings, wenn du da oben angekommen bist am Ende, jede, von jeder Farbe nur eine Karte haben. Weil alles, was doppelt auf deiner Hand ist, zählt nicht zu deinem Abgabewert, die du dann verkaufen darfst. Das heißt, du kriegst weniger Geld für die nächste Runde. Du kannst weniger weite Ziele erreichen und sowas. Von daher hat man da schon ein gewisses, ich würde es aber eher sagen Handmanagement, anstatt Deckbau. Von daher gehört einfach alles mit dazu. Aber wer tatsächlich Deckbau mega gerne mag, für den ist das wahrscheinlich eher das richtigere Spiel, weil einfach durch diese ganzen Bonuskarten du einfach viel mehr Deckbaumöglichkeiten hast. Ich sage einfach, wie es ist. Das hast du im normalen Great Western Trail nicht unbedingt so. Dafür ist das halt noch eine Spur komplizierter. Ich kann es jetzt nicht so ganz einschätzen, wie es ist, wenn man noch nie Great Western Trail gespielt hat, weil für mich war das natürlich alles irgendwie so ein bisschen vertraut. Ich hatte da irgendwie so 2, 3, 4, 5 Sachen, die du neu lehnen musstest. Von daher war das relativ schnell drin. Aber das sind halt auch alles so 2, 3, 4, 5 Sachen, die, wenn du es gar nicht kennst, erst mal noch mehr Overhead produzieren, wo du erst mal denkst, boah. Ich weiß nämlich, mein allererstes Great Western Trail war damals die erste Edition mit Erweiterung. Und ich war so, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Dann hatten wir eine Regelerklärung im Tisch. Wir haben es zu dritt gespielt. Ich war total überfordert. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen muss. Und dann habe ich das Spiel erst mal ohne Erweiterung nochmal wieder gespielt. Und dann kam ich mit der zweiten Partie, habe ich erst mal verstanden, was ich überhaupt so tun kann. Das war einfach für mich damals einfach zu viel. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem Spiel vielleicht auch passieren könnte. Weil einfach so viele Möglichkeiten da sind, was du machen kannst in deinem Zug. So, ja, Great Western Trail, Neuseeland. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter, generell die Great Western Trail-Reile, super. Tolles Spiel. Die fällt mir immer wieder gut. Spiel ich sehr, sehr gerne. Zack, Spiel Nummer 4, Mage Knight. Eigentlich ein Solospiel, kannst du natürlich auch kooperativ spielen. Und kannst es auch gegen andere Leute spielen. Ich persönlich spiele es nicht mit mehr als zwei Leuten. Und ich, weiß nicht, da ist die Downtime einfach viel zu groß. In deinem normalen Zug vielleicht nicht, aber spätestens, wenn der dann irgendwie kämpft, dann sitzt er halt dabei. Und das ist irgendwie zehn Minuten lang, das ist irgendwie dann nicht ganz so geil. Zu zweit ist das, oder ist er halt ein mega geiles Solospiel und das ist halt auch ein gutes Zweierspiel. Danach, weil du kannst es ja irgendwie zu fünft spielen. Garantiert werde ich das niemand in meinem Leben tun. Ne, 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 ne. Das, so verrückt bin ich nicht. Ja, was soll ich zu Mage Knight groß sagen? Das ist, ähm, ja, ist nicht umsonst eins der Top-Spiele seit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so. Hyper Boy, Board Game League in der Solo-Liste immer auf Platz 1 oder 2 oder 3 oder sowas. Im Moment ist es ja, glaube ich, 2. Spirit Island. Aber, ja, du hast halt einen sehr, sehr starken Deck, warum ich hier nenne. Du gehst mit deiner Figur über die Map. Du hast Möglichkeiten an verschiedenen Stellen, in dir Karten zu holen. Du bekommst auch Karten durch, ähm, ja, generell durch Level-Ups. Dann kriegst du immer Karten in dein Deck rein und du hast halt Möglichkeiten, Karten zu kaufen. Ähm, einmal ins Magieturm oder, ähm, in einem Dorf oder, äh, wenn du bestimmte Aufgaben füllst, wenn du bestimmte Monster besiegst, kannst du auch Karten bekommen. und so muss man sich dann quasi so puzzlemäßig gucken, wie, wie laufe ich am besten? Wie habe ich die Chance, die Gegner zu besiegen? Man hat hier wirklich sehr, 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 sehr viel zu tun. Auch das Spiel hat unfassbar viele Regeln. Also, das ist erstmal ein Brecher, dieses Spiel zu lernen. Ich sag's dir, das ist schon, am besten hat man jemanden, der ihm das beibringen kann. Ähm, ich hatte das damals leider nicht. Von daher, äh, habe ich das bei Genus Solo, glaube ich, gelernt. Vor einigen, einigen Jahren. Ähm, äh, es war, glaube ich, eins seiner, also, oder war das Genus Solo oder habe ich das später geguckt? Ich habe auf jeden Fall auch nochmal die Genus Solo-Videos geguckt. Ich glaube, da hatte ich das ursprüngliche Mage-Nut schon, das war noch nicht die Ultimate Edition. Da hatte ich noch diese kleinere Box. Und da habe ich, habe ich ihm mal zugeguckt, ob ich alles richtig spiele. Ähm, aber ja, das ist, wie gesagt, ein fantastisches Spiel. Und alleine über dieses Spiel könnte man tatsächlich eine Stunde reden, wahrscheinlich. Aber das möchte ich an dieser Stelle etwas kürzer halten. Weil ich glaube, ich habe auch schon einige Mal über Mage-Net gesprochen. Das muss ich mal kurz auch anders hinlegen hier. So. Sonst, äh, bricht mir hier mein Stapelwitz zusammen. So, jetzt kommen wir aufs Treppchen, ne? Ähm, wir haben auf Platz Nummer 3 Rewive. Das ist auch so ein, so ein Highlight-Spiel geworden. Letztes, oder dieses Jahr. Nee, letztes, dieses Jahr. Letztes Jahr war es auf Englisch draußen. Dieses Jahr kam es dann auf Deutsch. Oder? Anfang des Jahres kam es, glaube ich, irgendwie, ne? Anfang, Mitte des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, und das ist bei mir auch eingeschlagen. Ich fand das mega geil. Ähm, Revive hat erstmal einen großen Spielplan in der Mitte. Der ist komplett verdeckt. Ja, und dann erkundest du dich quasi weiter und dann deckst du immer wieder weitere Plättchen auf und guckst dann, was hast du da an Möglichkeiten, die er vielleicht, ähm, ja auch wieder Ressourcen zu sammeln oder, ähm, ja eigentlich Ressourcen zu sammeln, wenn man ehrlich ist. Jedes Mal, wenn du allerdings ein Teil aufdeckst, bekommst du eine Karte in dein Deck. Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, zumindest, was heißt ja, ein Volk hat noch eine andere Möglichkeit, aber, ähm, in der Regel ist das die einzige Möglichkeit, Karten ins Deck zu bekommen und, ähm, dann musst du halt gucken, du hast da auch eine Auslage von vier Karten und du musst tatsächlich sehr genau gucken, was du dir ins Deck holst. Du hast bei, du hast ein eigentliches Spielertableau und du hast, ähm, bei dem Effekt, dass du die Karten, die haben einen oberen Effekt und einen unteren Effekt und du hast zwei Slots oben und du hast zwei Slots unten und nachher hast du auch noch eine an der Seite, da kannst du so rum reinschieben, wie du möchtest, ähm, und da musst du halt gucken, hab ich eher die Karten, wo die ich aktuell oben spiele, also hab ich unten eher Platz in meinen Slots und vor allem hab ich mal, welche Slots hab ich verbessert. Du kannst hier über so Module, kannst du Slots verbessern und wenn du da passend farbige Karten rein spielst, ähm, führst du den Effekt der Karte aus plus den der Module, die da, äh, hinzugefügt wurden. das sind entweder zwei oder drei, kann natürlich, weiß nur noch einer drin sein, aber, ähm, ähm, willst du halt gucken, wie bekommst du möglichst viele Boni dann zusammen und dann kannst du Karten noch aneinander linken mit bestimmten Karten und sowas oder wenn du dann, dann führst du das quasi alles nochmal aus, dann führst du den Effekt der Karte aus, die du ausgespielt hast, die Karte, die davor schon lag, plus die ganzen Module nochmal. Da kann sich wirklich richtige Kombisachen entwickeln, dass du einfach deine ganzen Ressourcen leistest, piu, ja, und dann kannst du erstmal ordentlich was machen damit. Ähm, was mir bei Revive aber persönlich so richtig, richtig gut gefällt, ist einfach ein Mechanismus, den ich sehr gerne mag, dass man erst im Laufe des Spiels überhaupt mitbekommt, für was bekomme ich hier Siegpunkte. Ähm, bei Revive kann man das tatsächlich so ein bisschen besser noch vorplanen als bei einigen anderen Spielen, weil du hast am Rand, hast du so eine, vier so eine Ziele und da in die Richtung kannst du dich halt hinarbeiten, ne, das heißt, du kannst aktiv bestimmen, für was bekommst du dann die Punkte. Wenn in der einen Ecke meinetwegen ein Ziel ist, dass du irgendwie eine bestimmte Ressource ganz oft haben musst oder in der anderen Ecke ist dann, du musst ganz viel Bevölkerung haben, in der Ecke unten rechts ist irgendwie, du musst bestimmte Symbole ganz häufig haben oder sowas, man kann es im Laufe des Spiels dann weg, okay, irgendwie entwickelt sich mein Spiel in diese Richtung, also sehe ich mal zu, dass ich auf diese Ecke komme, um da diesen großen Ort dann zu erreichen, um dort diese Siegpunkte nochmal zu bekommen. Du hast dann auch noch selber, hast du noch ein verdecktes Ziel, was du dann auch noch natürlich erfüllen möchtest und so, ja, ist quasi jedes Spiel so ein bisschen individuell, wo du dann hinguckst, ja, wie gehe ich denn hier am besten vor, ne, was machen meine Mitspieler, wo haben die vielleicht schon erkundet, ja, wo kann ich da einfach so lang gehen oder wo muss das Feld erstmal freigemacht werden, das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht, weil einfach so viele Mechanismen hier auch wieder ineinander greifen und es funktioniert so gut, ja, dein eigenes Tech-Tableau, irgendwie, was du dann weiterentwickelst, wo auch nochmal die Möglichkeit ist, für bestimmte Karten, wenn du das Ganze am Ende, äh, es gibt drei Tech-Farben, es geht generell im Spiel immer um drei Farben, ähm, wenn du dieses eine, oder einen dieser drei Techs, oder zwei, oder halt alle drei, wenn du eine, ähm, wenn du da am Ende bist, kriegst du halt Punkte für die Karten, die du am Deck hast, sonst kriegst du für die Karten gar keine Punkte, ja, wenn du jetzt aber mal den grauen Track ganz am Ende hast, dann kriegst du auf einmal für jede graue Karte, die du gekauft hast, einen Punkt, ja, und potenziell halt, wenn das nur mit einem anderen Ziel vereinbar ist, bekommst du dann vielleicht nochmal einen Punkt und nochmal einen Punkt und, ne, so, ähm, muss man dann gucken, wie man seine Strategie fährt und, ja, das entwickelt sich in der Regel, klar, am Anfang hast du vielleicht so einen groben Plan, aber im Laufe des Spiels entwickelt sich das, was du dann tatsächlich hinkriegst und wie du das Beste draus machst. Von daher, Revive, super Empfehlung, ich hätte, es habe es jetzt leider tatsächlich schon wieder bestimmt, zwei, drei, vier Monate nicht mehr gespielt und ich will jetzt unbedingt das wieder spielen, vielleicht spiele ich es jetzt tatsächlich sogar noch mal wieder Solo oder so, von daher, so, noch zwei, äh, auf Platz zwei haben wir, äh, kaum bewunderlich, Dune Imperium, ähm, obwohl ich muss das immer wieder sagen, mit der Immortality Erweiterung, das gehört einfach bei mir mit dazu, ich finde diese Immortality Erweiterung mega gut, äh, hätte ich, äh, die Erweiterung, oder gäbe es die Erweiterung zu diesem Zeitpunkt noch nicht, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich Dune Imperium in die Top Ten nehmen würde, wahrscheinlich so auf Platz 10 oder 9 oder so, ähm, aber gerade der Deckbau Aspekt im Grundspiel, den fand ich nicht so richtig stark, weil, du konntest irgendwie, hattest nur eine Möglichkeit, Karten zu thrashen und, genauer hat sich das immer nicht so wichtig angefühlt, wie die Aktion deines Workers, ja, wie bekommst du deine Truppen in den Kampf, wie kriegst du jetzt die Ressourcen, wie kriegst du das Wasser, wie sieht das mit den Konflikten aus, weil ich brauche jetzt eher Intrigenkarten, da war der Deckbau immer so, ich hatte damals teilweise Runden, keine Ahnung, da hast du dir einfach irgendwie drei Karten gekauft und dann hast du deine Karten immer nur noch für, ähm, für die aktiven Züge genutzt und dann, ja, war es das irgendwie, ähm, das fand ich immer so, mhm, mhm, jetzt mit dieser zweiten Erweiterung, wo die zweite Leiste hinzugekommen ist, also du hast quasi ein zweites, du hast einmal deine Forschungsleiste und dann hast du eine zweite Kartenauslage und das finde ich richtig gut gelungen, ja, die, ähm, kannst du dir dann mit Organen kaufen, die Organe bekommst du einfach über Karten oder indem du über die Leiste, ähm, weiter vorgehst und dann hast du die Möglichkeit, einfach deine normalen Karten zu kaufen und du hast dann diese Möglichkeit, diese neuen Karten zu kaufen und die sind richtig, richtig, richtig stark, vor allem die, äh, haben die dann die Möglichkeit, dass du diese Karte mit einer anderen Karte koppelst, ja, und diese Karten dann zusammen ausspielst und beide Effekte dann haben kannst, das ist richtig geil, ja, und seitdem diese zweite Erweiterung da ist, ja, mit der erst mit der X, ja, war die nun schon besser und hat mir dann auch wirklich Spaß gemacht, aber diese zweite Erweiterung, die war wirklich so, boom, von daher kann ich nicht verstehen, dass die ganzen anderen Leute das nicht so sehen, die sagen ja immer, ja, die ist ganz nix, ganz nice, ne, ich weiß, ich bin die fantastisch, ja, aber was stimmt nicht mit euch Leute, die ist einfach mega gut, von daher, ja, Jun Imperium ganz, ganz verdient auf Platz Nummer, zwei, hätte es auch fast auf Platz Nummer eins geschafft, wenn es nicht einfach ungefähr das beste Spiel der Welt geben würde, ähm, zumindest für meinen Empfinden, und zwar ist das dieses hier, das sind die Burggrafen des Westfrankenreichs, in der Collectors Edition, hier, White House, das ist die englische Variante, äh, weil generell alle Gafelspiele sind ja ziemlich sprachneutral, ich selber bin ja riesiger Gafel-Fan, ähm, oder Gafel-Games-Fan, ja, ich finde ja alles, was, äh, Schempfellips da macht, ist irgendwie grandios, äh, von daher, ähm, ich habe eigentlich alles von denen, also, okay, die Nordseereihe habe ich nicht, ich bin erst bei Westfrankenreich eingestiegen, ich habe einmal ein Nordseespiel gespielt, ähm, aber ich habe mir die jetzt alle tatsächlich nicht geholt, vielleicht hole ich sie, muss ich sie irgendwann mal nachholen oder so, jetzt bin ich ja gerade bei, ähm, Südtigeris, aber darum soll es gar nicht gehen, so, äh, sorry, ähm, die Burggrafen, wir haben hier auch wieder ein, so ein rundes Tableau, ja, und unser Burggraf läuft quasi im Uhrzeigersinn, je nachdem, äh, außen oder innen lang, und, ähm, wir haben auch ein eigenes Spielertableau, wo wir dann auch wieder irgendwie drei, immer sind immer drei, ne, wo wir drei aktive Karten liegen haben, und unsere Karten geben uns entweder beim Ausspielen einen Effekt oder eine Ressource oder sowas, ja, und sie geben uns vor allem auch Symbole, und mit Symbolen bezahlt man in dem Spiel eigentlich alles, und dann gibt es halt Ressourcen, die sozusagen Joker für die eigentlichen Symbole sind, die du wirklich brauchst, ja, also du brauchst eigentlich einen Hammer, aber wenn du nicht genug Hämmer hast, kannst du halt noch Steine ausgeben, um dann mehr Hämmer zu generieren, so ein Verhältnis 1 zu 1, und, ähm, dann hast du bei diesen drei Slots, hast du entweder die Karten, die dir halt sofort den Bonus bringen, oder Karten, die dir so lange Boni bringen, wie sie quasi im Spiel sind, also auf diesen drei Slots, dick, 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 dann hast du den Effekt so lange, beispielsweise immer, wenn du eine bestimmte Aktion machst, ja, bekommst du vielleicht eine Münze oder sowas, und dann hast du Karten, die bringen dir, wenn du sie ausspielst, erstmal Gornix, außer vielleicht das Symbol, und dann erst, wenn sie quasi rausfliegen, bringen sie dir dafür einen etwas stärkeren Effekt, ja, dann gibt es aber Möglichkeiten, auch diese ganzen Sachen zu manipulieren, auf deinem Tableau, das heißt, wenn du dir bestimmte Karten kaufst, auch hier wieder das gleiche wie bei The Loop, du kannst dir nur Karten kaufen, wo dein Burggraf gerade steht, ja, und, ähm, dann auch nur, wenn du die entsprechenden Münzen dort hast, du hast aber auch die Möglichkeit, diese Karte vorher abzuschmeißen, und dann die Karte darunter zu kaufen, oder sowas, die Karte kannst du abschmeißen, um den Effekt, den du da halt machen willst, die Aktion einfach nochmal stärker zu machen, ja, und, das ist einfach ein mega geiler Mix, das finde ich mega, mega, mega gut, ähm, ich habe dieses Spiel dieses Jahr, lass mich lügen, 20 Mal gespielt, vielleicht öfter, ja, und das ist für meine Verhältnisse sehr, sehr, sehr viel, ähm, und ich habe einfach jederzeit Lust, dieses Spiel wieder mitzuspielen, ne, ähm, haben wir kurz ein Video zugemacht, wenn euch das interessiert, ähm, dass ihr mal das in Action seht, aber, was auch hier wieder bei diesem Spiel so toll ist, auch das gleiche wie bei Revive, du hast zwar am Anfang klar irgendwie, Gebäude, die du baust, bringen auf jeden Fall Punkte, das weißt du schon, ja, wenn du, äh, Leute ins Schloss bringst, das bringt schon mal Punkte, das weißt du auch schon, aber, ja, es gibt dann so Manuskripte, ja, wenn du, okay, wenn du Sets von Manuskripten sammelst, klar, bringt auch Punkte, weißt du auch, aber, dann gibt es halt Siegpunktbedingungen auf diesen Manuskripten, das heißt, ähm, das ist immer so ein dicker Stapel, also irgendwie 6, 7, 8 Stück, das heißt, du weißt gar nicht, was ins Spiel kommt, wenn du bald was weggekauft hast, wird das nächste aufgedeckt und da kann entweder irgendwie ein cooler Bonus drauf sein oder halt eine Siegpunktbedingung, ja, und, das heißt, du kannst von Anfang an nicht unbedingt planen, auf was du spielen willst, beispielsweise auch bei diesem Spiel bringen Karten wieder gar keine Punkte, ja, es sei denn, du findest zufälligerweise dieses Manuskript, dass du beispielsweise für jeden Hammer, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, auf deinen Karten nachher einen Siegpunkt bekommst, ja, und dann willst du natürlich möglichst viele Hämmer in deinem Deck haben, weil ziemlich viele Siegpunkte. Mit der Erweiterung, die man dann nachher holen kann, die man, oder beide, die man eines Erachtens unbedingt braucht, das heißt, braucht, aber die wenden das Spiel schon nochmal richtig mega auf, hast du dann noch diese, diese, boah, Banditen, Kriminellen, wie auch immer sie heißen, aus den, aus den Paladinen, die Bösen halt, die dich überfallen wollen, die bringen dir auch wieder Siegpunktbedingungen ein, das heißt, du darfst auch wieder eine Auslage und kannst da gucken, alles klar, der bringt also einen Siegpunkt für jeden Kriminellen, den ich im Deck habe, oder sowas, oder der bringt mir einen Siegpunkt für alle zwei von dieser Sache und dann kannst du quasi dein Deck so bauen, dir die Karten hier holen, da die Manuskripte so holen, dass du dann möglichst viele Siegpunkte dann bekommst und du kannst es halt am Anfang nicht planen, du musst tatsächlich dich komplett während des Spiels darauf einstellen, was du, oder wie du dieses Spiel weiterspielen willst und das finde ich so richtig, richtig gut gelungen in diesem Ding. Von daher, ja, die Burgrauffen des Westfrankenreichs ein richtig, richtig gutes Spiel und, ja, das soll es mit dieser Liste gewesen sein. Wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblings Deckbaus-Spiele sind. Ich lese das super gerne, mich interessiert das immer wieder und vielleicht ist da ja noch die ein oder andere Perle dabei, die ich potenziell gar nicht auf dem Schirm habe, die würde ich mir dann tatsächlich ganz gerne anschauen und, ja, von daher wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!